Ein wildes Bergvolk am Grenzaun zwischen großen Reichen. Wer waren sie? Wodurch zeichnet sich denn ihre Kultur aus? Welche Verwicklungen und welchen Streit hat ihre Existenz ausgelöst? Wahrscheinlich das komplizierteste Video, was wir bisher auf unserem Kanal gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Julian Decker von der Grabungsfirma in Terra Veritas aus Bamberg und Weiden. Wir machen heute einen kleinen Ausflug in die Forschungsgeschichte über die Geschichte, wie Funde interpretiert werden im Wandel der Zeit, ganz wichtig im Wandel der Zeit, die sogenannte Köttlacher Kultur und wie sich die Archäologie mit ihr auseinandergesetzt hat, seit 150 Jahren, ein bisschen länger sogar schon. Das Video wurde auch mal bestellt. Ich tanze, glaube ich, seit eineinhalb Jahren um dieses Thema außen rum, weil es echt saukompliziert ist. Ich hoffe, ich kriege alles unter und ihr versteht am Schluss, worauf es rausgeht, weil, haltet euch fest, jetzt wird es kompliziert. Wo befinden wir uns überhaupt? Wir sehen hier auf diesen drei Karten oben erstmal Österreich und rot hervorgehoben das Bundesland Kärnten. In der Mitte zoomen wir dann nach Kärnten rein in das Bundesland mit den benachbarten Regionen, das heutige Slowenien, Italien, die Bundesländer Steiermark, Salzburg und Tirol. Und dann unten eine Karte, ganz stupide, von Wikipedia geklaut mit den ungefähren Grenzen von Quarantanien. Ein sagenumwobenes Land, das sind hier die Grenzen so plus minus um 800, reicht im Norden von Mauthausen an der Grenze von Ober zu Niederösterreich und im Süden dann bis an die Karawanken, die bekanntlich wanken und schwanken. Und dann westlich vom Vierwaldstätter See geht es dann so langsam los bis so knapp vor Innsbruck. Im Prinzip weite Teile des heutigen Österreich. Und ja, in Deutschland ist das Wort Quarantanien also fast völlig unbekannt. Also auch in archäologischen Kreisen erntet man da manches Fragezeichen. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert denn da im heutigen Österreich, dass es anscheinend mal ein Quarantanien gab? Und dann schauen wir uns mal die erste Karte an. Es wird jetzt kein Arte-Ausflug mit offenen Karten, aber so ein bisschen Basics müssen wir schon machen. Hier also eine Karte so, ja, Europa um 540. Wie schaut denn da die Situation aus? Die Ostgoten sitzen seit 489 in Italien. Das ist schon sehr stark verkürzt. Die kommen da so aus Pannonien, Trakien rüber und so weiter und sind dann eben im Auftrag von Ostrom unterwegs. Haben da eben noch Teile der römischen Provinz Binnen-Noricum oder Norikum und der Teil davon Binnen-Noricum unter ihrer Kontrolle. Das ist diese gestrichelte Linie da entlang der Mur bis zur Saave. Und dann nach dem byzantinisch-gotischen Krieg, also wir merken schon, das geht nicht lange gut, nach dem byzantinisch-gotischen Krieg fällt eben diese Region zumindest mal nominell an das Frankenreich. Nach 560 verlieren die Franken das dann aber auch schon wieder an Byzanz. Dann kurz drauf kommen dann die Langobaden. Also Byzanz hat da nicht lange Freude dran. Und die Langobaden, die Älteren werden sich erinnern, 568 hauen die dann ab. Und da kommen dann Awan mit einem sehr hohen Slavenanteil eben in diese Region rein. Um 600, spätestens aber 625, haben wir da eine neue Besiedlung eben mit slawischen Personen. Die sind vermischt mit Awan, mit Franken, mit Langobaden, mit so Restromanen, die da eben noch umeinander flauchen. Da wird wahrscheinlich auch noch der eine oder andere Westgote oder Westgotenrest mit dabei sein in diesem Konglomerat. Und es entwickelt sich da so ein weitgehend unabhängiges Gebiet, die eben aber trotzdem noch Beziehungen haben zu den Nachbarn, also zu den Bayern, zu den Awanen und eben auch zu den Langobaden. Dann springen wir nochmal 200 Jahre weiter ins Jahr so Pimaldormen 740. Und da haben wir dann auch schon ein Quarantanien eingezeichnet auf der Karte. Und man sieht, die Grenzen sind jetzt nicht wirklich gut bestimmbar, weil diese Region ist eigentlich am ehesten definiert als nicht-Awarisch, nicht-Bayerisch und nicht-Langobadisch und liegt eben so keilförmig zwischen diesen ganzen regionalen Mächten, so eingezwängt entlang der Drau. Und naja, 741 passiert dann Folgendes. Die Awanen bedrängen eben unsere Quarantanen, also dieses Quarantanische, ich nenne es jetzt mal Reich-Fürstentum. Und der Fürst Borut, der übrigens der erste namentlich bekannte Quarantanenfürst überhaupt ist, wendet sich an die Bayern um Hilfe. Und die Bayern machen das auch. Gleichzeitig werden die Quarantanen aber dann den Bayern herfolgepflichtig, also gelangen dann von der Abhängigkeit von den Awanen eben in die Abhängigkeit von den Bayern. Und dann ab der Mitte des 8. Jahrhunderts beginnt so langsam die zweite Christianisierungswelle, also die Goten haben ja auch schon christianisiert, jetzt machen dann die Bayern eben in einer zweiten Welle die Christianisierung. Und mit der Eingliederung dann, also das passiert jetzt alles sehr dicht aufeinander, mit der Eingliederung des Herzogtums Bayern in das Frankenreich, abseits zum Tassilo und so weiter, kennen wir uns alle aus, fällt dann Quarantanen auch so mittelbar an das Frankenreich. Haben aber weiterhin noch slawische Fürsten da drin sitzen und die werden dann nach und nach ausgetauscht, abgewechselt durch bayerische Grafen. Das passiert dann so ab 828. So, und dann springen wir nochmal 200 Jahre weiter ins 10. und frühe 11. Jahrhundert. Da haben wir dann auf einmal ein Herzogtum Kärnten, die Kärntner Mark, also eine Grenzregion, die dann eben besonders befestigt wird und deswegen auch administrativ abgegrenzt wird. Und die Grafschaft hinter dem Drauwalde und eben dann die Steiermark, also auch wieder eine separate Grenzregion. Und offenbar wird eben hier zwischen 740 und dann 919 ein Gebiet eingenommen, obwohl es eben nominell eh schon irgendwie in einer Herfolgesituation war, wird administrativ unterteilt und durch eben mehrere Marken gesichert. Wir haben da einen Mischmasch drin sitzen aus Restromanen, aus Langobaden, aus Bayern, aus Awan, aus Slaven. Und die bauen jetzt eine eigene Kultur? Und was ist denn dann diese Köttlacher Kultur? Warum heißt die überhaupt so? Und von wann ist die denn jetzt? So, und jetzt fängt die Forschungsgeschichte an. Habe ich früher immer unfassbar langweilig gefunden. Müsste jetzt, glaube ich, durchkommen. 1853 finden Bauarbeiter ein Gräberfeld in der Nähe des Ortes Köttlach in Niederösterreich. Und dann kommt dieser schmucke junge Mann dazu, Alfred Ritter von Frank, der dann 1854 eben über dieses Gräberfeld publiziert. Und zwar mit dem ein bisschen sperrigen Titel Bericht über die Auffindung eines uralten Leichenfeldes bei Kettlach unweit Glocknitz und über einige andere Bemerkenswerke der Fundstücke. Ja, und was er eben da drin hat, man muss dazu sagen, 1854, die Archäologie ist noch ein relativ junges Fach. Oder ist es überhaupt schon ein Fach? Ja, die Mittelalterarchäologie auf jeden Fall. Da sind eben emaiverzierte Objekte drin und er sagt, ja, das ist so fünftes, sechstes Jahrhundert. Und wie es eben bei den Vorgeschichtlern so üblich ist, sagt man dann, aha, hier liegt offensichtlich eine geschlossene Kulturgruppe vor und die benennen wir eben nach dem ersten Fundort. Und deswegen heißt diese ganze Kultur Köttlacher Kultur nach eben dem ersten Fundort. Dann später in den Jahrzehnten drauf und auch bis heute noch finden sich dann weitere Funde, die eben von ihrer Formensprache her in diesen Komplex Köttlacher Kulturen reingehören. In Slowenien, also in der Krein und im Frejau und in Italien, also die benachbarten Regionen, wo man denkt, ah, okay, vielleicht ist diese Kultur doch ein bisschen größer. Und dann später eben Vergleichsfunde im Prinzip aus ganz Mitteleuropa. Und da merkt ihr vielleicht schon, worauf es jetzt hinausläuft. Denn es gibt eine Annahme, nämlich eine Gruppe lebt in einem bestimmten Gebiet zu seiner bestimmten Zeit zusammen und setzt sich immer nur aus Angehörigen einer bestimmten ethnischen Gruppe zusammen. Das heißt, diese Einheit entwickelt dann eine eigene Kultur, die sich dann eben insbesondere nur in dieser Region und dieser Zeit eben in Objekten widerspiegelt. Also so als Beispiel, alle Leute tragen Hüte, aber nur die Texaner tragen Cowboyhüte. Also natürlich hat jeder hat Fibeln, aber diesen Typ Fibeln gibt es eben bloß in dieser Köttlacher Kultur. Dann, wie gesagt, also das ist natürlich jetzt eine sehr einfache Herangehensweise. Und da haben auch relativ bald dann schon Leute Probleme damit. Da sehen wir hier den Paul Reinecke, ein sehr, sehr wichtiger Archäologe, ein bisschen eine umstrittene Gestalt, sagen wir mal. Eine umstrittene Gestalt, da müsste man vielleicht mal ein eigenes Video zu machen. Wenn euch Forschungsgeschichte interessiert, schreibt es uns in die Kommentare. Dieser Paul Reinecke beschäftigt sich eben auch nochmal mit diesen Funden aus Köttlach und auch anderen Gräberfeldern, die dann später eben noch dazugekommen sind und anderen Funden aus der Region und schreibt dann schon 1899. Erstmal, die Datierung ist nicht 5. und 6. Jahrhundert, sondern er datiert sie einfach mal ins 9. Jahrhundert und sagt, einzelne Objekte, aber auch Objektgruppen sind offensichtlich westliche Importe innerhalb eines slavischen Milieus. Und für ihn ist dann schon die Schlussfolgerung, gibt es diese Köttlacher Kultur überhaupt, so wie sie eben ursprünglich definiert ist. Und ich höre jetzt auch gleich auf mit dem ganzen Name-Dropping. Den müssen wir uns jetzt aber schon noch mit anschauen. Karl Dinklage, ein noch viel, viel umstrittenerer Archäologe, der aber auch sehr, sehr viel publiziert hat, nimmt sich eben dieser Köttlacher Kultur an mit dem Ansatz, dass einer formenkundlich eindeutig umschriebenen Kultur auch ein bestimmtes Volkstum entspricht. Und bei dem Wort Volkstum sollten wir schon aufpassen. Und da kommt es zum Schluss, dass die Köttlacher Kultur aufgrund ihrer zeitlichen Stellung dem frühdeutschen Volkstum zugewiesen werden muss. Und Voraussetzung hierfür war die Annahme, dass die im Ostalpenraum gefundene Kultur von der Art Köttlach aus dem süddeutschen Heimatgebiet durch eine geschlossene völkische Schicht nach dem Osten vorgetragen worden war. Wenn ich euch jetzt sage, dass dieser Artikel 1940 rausgekommen ist, wundert ihr euch nicht. Und er war auch dieser Überzeugung sehr lange und sehr fest. Und zwar hat er nochmal zweimal 1941 dazu publiziert, 1942, 1943 und 1944. Und dann auch nach dem Krieg hat er diese These so ein bisschen aufgeweicht, aber so grundsätzlich abgerückt davon ist er nicht. Und er sagt quasi, diese Funde, die zu dieser Köttlacher Kultur gehören, sind frühdeutsche Funde, die eben von Germanen, die eben dieses Land einmarschiert sind oder dieses Land besiedelt haben, eben geschaffen wurden. Ergo, alle Funde, die dem ähnlich sind, sind germanisches Siedlungsgebiet. So, man sieht schon, das ist eine sehr, sehr stark nationalistisch geprägte Einstellung und das kommt auch in den Artikeln raus und ist eben auch da wieder ein bisschen kurz gedacht, weil die slowenische Forschung kommt mit demselben Ansatz und sagt, ja, warte mal, wir haben ja lauter, die Dinger sind ja slawisch. Das heißt, überall, wo diese Formen vorkommen, ist offentlich das slawische Siedlungsgebiet. Wir haben offensichtlich ein großkarantanisches Reich. Wie die Funde ausschauen, kommen wir gleich dazu. Dann gibt es einen sehr, sehr wichtigen Artikel von Herrn Gießler, 1980, der sich eben diesen ganzen Köttlach-Komplex noch mal anschaut und die Funde erst einmal chronologisch auseinanderdröselt und teilt es ein in drei Zeithorizonte, die sehr unhandlicherweise nicht Köttlach 1, 2, 3 heißen, sondern erst mal vor Köttlach, die Stufe vor Köttlach, die er datiert von 800 bis ungefähr 850, dann Köttlach 1 von 850 bis 950 und dann Köttlach 2 von 950 bis 1050. Schauen wir uns gleich noch mal an, was daran jetzt irgendwie ein wenig problematisch ist. Hier ist als erstes mal eine Kartierung von den Objekten aus Köttlach 1, also 850 bis 950. Ich habe das so grob versucht mit dem roten Aufhellen grob die Lage von Karantanien einzukartieren. Die Kartierung von den Funden hat der Herr Gießler selber gemacht. Das heißt, wir haben die schwarzen Kreise. Das ist die Verbreitung von Funden, die er in die Stufe Köttlach 1 setzen würde. Also diese für Köttlach typischen Funde, Köttlach 1. Und dann haben wir eben die Vierecke, das sind Funde aus dem Großmeerischen Reich irgendwie, Grabfunde dazu. Und dann haben wir noch so halbgefüllte Vierecke, wo eben Funde aus Köttlach 1 eben im großmeerischen Milieu vorkommen. Und dann denken wir mal kurz drüber nach, was wir da haben. Köttlach 1, also diese, das sind ja die Leitfunde quasi, decken nicht mal ganz Karantanien ab. Köttlach 1 findet sich auch außerhalb von Karantanien und in Karantanien finden sich großmeerische Funde und im großmeerischen Reich finden sich Funde aus Köttlach 1. Also so genau definiert ist das ganze Ding ja anscheinend überhaupt nicht. Oder wie typisch sind denn diese typischen Funde überhaupt für eine Köttlacher Kultur? Dasselbe Spiel kann man dann noch einmal sehr schön an der Stufe Köttlach 2, also 850 bis 950 machen. Auch da wieder die Kartierung von Karantanien habe ich jetzt selber mal so Pi mal Daumen rein gemacht. Bin ich mit Sicherheit daneben, aber dass man eine grobe Orientierung hat. Diese Köttlach 2-Funde, die streuen halt dann vom Rhein bis nach Pannonien, vom Main bis an den Po in Norditalien. Und es gibt irgendwie eine Köttlacher Kultur in Bern, in Mailand, in Mainz, in Regensburg, in Wien, in Venedig und bei Budapest. Oder stammen halt diese Funde, die ja als definitorisches Mittel für die Köttlacher Kultur herangezogen worden sind, einfach von woanders und sind dann dort hingekommen. Also es sind ja einfach Objekte aus Bayern, aus dem Frankenreich, aus Großmeeren, aus dem Arwanreich, von den Langobarden etc. einfach nach Karantanien gekommen und sind dort kombiniert worden von der Bevölkerung, die da eben lebt. Gut, kann man jetzt überlegen. Und jetzt kommen wir auch endlich mal zu den Funden, von denen ich die ganze Zeit rede. Hier haben wir die Typentafel vom Herrn Gießler eben von 1980 für den Horizont 1, also vor Köttlach. Bei ihm eben so 800 bis 850 und da haben wir Kreuzfibeln, Bommelohrringe, die heißen wirklich so, Mosaik-Augenperlen, Mehrfachperlen, Kopfschmuckringe mit Pendelien dran, also diese Anhänger, die unten dranhängen. Und dann eben noch so avarische Armringe mit einer Punzverzierung und noch so anderen Kram halt. Das ist erst mal toll und deswegen wird es auch sehr schnell übernommen von Kollegen. Das ist nämlich ein sehr übersichtliches Inventar mit Funden, die recht eindeutig definiert sind. Und mit einer sehr einfachen Datierung, 1. Hälfte 9. Jahrhundert, Bäm, passt. Das heißt, wenn ich sowas habe, sage ich, okay, das ist Köttlach, also vor Köttlach, sein Horizont 1. 1. Hälfte 9. Jahrhundert passt, typische Kombination, zack, fertig, Köttlacher Kultur, Bäm. Ja, wenn man sich jetzt aber dann, und da kann jetzt der Herr Gießler erst mal gar nichts dafür, wenn man sich jetzt dann die ganz fantastische Doktorarbeit von Sven Spiong anschaut, und ich freue mich jedes Mal, wenn ich benutzen kann, Herr Spiong, falls Sie zuschauen, ich hätte gerne ein Autogramm. Wenn man sich jetzt anschaut, der hat eben hier eine ganz toll zu bedienende Promotionsarbeit hingelegt, wo man eben dann die morphologische Entwicklung von unterschiedlichen Fibeltypen anschauen kann. Und da in dem rosa Kasten habe ich jetzt reingebastelt das Bild, was er eben, also Gießler als eine Leitform für seine Vorköttlachstufe hat. Wie gesagt, bei Gießler 800 bis 850, wenn man uns jetzt aber die Morphologie anschaut, und der Herr Spiong hat sich wirklich hunderte, ich glaube sogar tausende von Fibeln angeguckt, datiert die dann halt schon ein bisschen früher. Also man muss auch mit dem historischen Hintergrund, von dem wir ja wissen, dass eben ab der Mitte des 8. Jahrhunderts schon eine Missionierung der Quarantanen angefangen hat, also ab 740, 50, und wenn man dann noch die morphologische Entwicklung eben anschaut, die wir eben hier einfach aus der Überprüfung von Hunderten und Tausenden von Objekten haben, entspricht das dann eher der Form der zweiten Hälfte 8. Jahrhundert bis Anfang 9. Jahrhundert, also 50 Jahre früher. Das heißt, diese Kreuzfibel, die eigentlich ein Leitobjekt für Vorköttlach sein sollte, ist eigentlich schon falsch datiert. Das gleiche Problem haben wir dann mit den Mosaikaugenperlen, die er drin hat. Da könnten wir mal ein Video zu machen, Mosaikaugenperlen, und der Artikel von Reinhard André, das ist ein absoluter Porno. Auch die Mehrfachperlen und die Bommelohrringe und so weiter und die Kopfschmuckringe, die er da hat, das ist alles insgesamt so ein bisschen früher und vor allem sind nicht unbedingt tauglich, daraus irgendwie eine geschlossene Kulturgruppe zu konstruieren, weil eben solche Mehrfachperlen, Mosaikaugenperlen und in dem Fall die ältere Form, die wir da eben haben, die finden sich überall in Zentraleuropa. Bommelohrringe in der Form, wie wir sie da haben, sind auch deutlich verbreiteter als nur in Quarantanien, um da irgendwie eine Köttlacherkultur, die eben in Quarantanien oder wo auch immer beheimatet ist, eben zu rekonstruieren. Ich mache jetzt nicht alles komplett durch, also das war jetzt wirklich, ihr seht, ich kürze wahnsinnig zusammen. Wir schauen jetzt noch in den Gisler Köttlach 1 rein mit einem kurzen Beispiel. Köttlach 1 bei ihm definiert 850 bis 950. Da haben wir eben diese Drahtringe mit aufgeschobener Perle und Pendilien dran. Die sind bei ihm eben, wie gesagt, 850 bis 950. Inzwischen haben wir da ganz, ganz gute Vergleiche dazu, die dann alle so, naja, spätes 8. Jahrhundert um 800 anfangen und dann bis in die zweite Hälfte des 9. Jahrhunderts gehen, also deutlich vor 900 aufhören. Das heißt, wir sind hier wieder so 50 bis 100 Jahre früher dran und die beruhen dann auch auf den, ich müsste jetzt die komplette Morphologie-Geschichte der Kopfschmuckringe durchmachen, machen wir jetzt nicht, aber glaubt mir das jetzt einfach oder ansonsten lest du es selber nach, diese Kopfschmuckringe beruhen eben auf einer spätmyrowingel-zeitlichen Tradition und sind da eben eine lokale Ausformung. Das heißt, wir haben schon irgendwas Lokales drin, aber halt nichts, was jetzt irgendwie genuin da plopp und da ist es, sondern eben trotzdem aufgrund von Einflüssen, die von außen herangekommen sind. Und auch ganz wichtig, weil das immer wieder gesagt wird, Kopfschmuckringe sind keine rein slavische Sache. Also es gibt Kopfschmuckringe auch im nicht-slawischen Bereich und gerade im fortgeschrittenen Frühmittelalter, also 8. bis 9. bis 10. Jahrhundert, wo wir uns hier bewegen, tauchen die dann auch im Slavischen vermehrt auf, das stimmt auch, aber sie sind eben nicht rein slavisch. Also nur überall, wo ein Kopfschmuckring ist, ist ein Slavisch, kann man so jetzt nicht stehen lassen. So, und da sehen wir jetzt hier nochmal die Leitform vom Herrn Gießler für Köttlach 2, bei ihm 950 bis 1050. Und da haben wir eben auch wieder so Kopfschmuckringe mit einem Lunulla-förmigen, also so Mondsichelförmigen Schild, Scheibenfiebeln mit Zellenemai oder Grubenemai und so anderen Kram halt auch noch. Und ja, wie soll man sagen, es ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt hier wieder mal nur eins von den Funden rausgenommen. Wie gesagt, das ist die Leitform, die für diese Köttlach-Gruppe definierend ist, die also eine Kultur beschreiben soll, die eben in dem Fall 950 bis 1050 eben da in Karantanien unterwegs ist. Wir schauen uns das rote Kästchen an, da haben wir eben so eine kleine Scheibenfiebel mit, ja, kreuzförmig angeordneten Peltähnen, mit einem Zellenemai, glaube ich, ist es, genau. Und das ist eben die Leitform für die zweite Hälfte 10. Jahrhundert bis erste Hälfte 11. Jahrhundert in Kärnten. Und da schauen wir uns doch das Vergleichsbeispiel an. Links eben einmal in groß gezogen die Leitform und rechts, man sieht, der Fund ist mehr oder weniger identisch, Bamberg-Domberg vor 1007. Also das ist ein auch relativ bekannter Fund, der kommt aus einer Grabung, ich glaube aus den 70er Jahren, von unterhalb dem Bamberger Dom. Das heißt, dieses Ding ist da deponiert worden, da ist der Dom noch nicht gestanden. Der wird eben 1007, geht es da ab, Bistumsgründung, und datiert rein strategisch in die zweite Hälfte 10. Jahrhundert. Und jetzt ist Bamberg definitiv nicht Kärnten. Das wird jetzt viele überraschen, aber Bamberg ist nicht Kärnten. Ja, die Datierung ist jetzt eben also nur in Teilen deckungsgleich und die kulturelle Zuweisung funktioniert halt auch nicht da. Und das ist jetzt halt ein Beispiel, wir könnten das jetzt wirklich mit allen Objekten, die eben in jeder Zeitstufe als Leitobjekte rangezogen werden, nehmen und würden halt jeweils immer auf eine abweichende oder komplett, also nicht deckungsgleiche oder komplett andere Datierung kommen. Und eine kulturelle Zuweisung ist halt schwierig oder zumindest nicht anhand von diesen Objekten. Ja, die sogenannte Köttlacher Kultur und die davon abgeleiteten Stufen vor Köttlach, Köttlach 1 und Köttlach 2 sind offensichtlich dann eben künstliche Gebilde. Und die Annahme, dass eben in einer Region zu einer Zeit immer eine Kultur aus einer Ethnie oder aus einem Gruppeneimer, also eine Peergroup quasi unterwegs ist, ist halt ein Topos aus dem 19. Jahrhundert, als man eben noch sehr in so einem nationalen Denken drin war. Und man sieht ja dann auch, dass da irgendwas nicht stimmen kann, wenn dieser Topos zum einen von der deutschen Seite genutzt wird, um alles, wo Köttlach draufsteht, eben dann direkt als germanisch zu deklarieren und gleichzeitig aber halt dann die slawischen oder insbesondere eben die slowenischen Forscher alles, wo Köttlach draufsteht, alles sofort slawisch machen können irgendwie. Also da wissen wir schon, da ist irgendwo Sand im Getriebe. Und jetzt haben wir ja, also hoffentlich ist es rausgekommen, wie gesagt, sehr stark gekürzt und sehr kompliziertes Thema. Die Auswahl der Objekte eben, um diese Gruppe überhaupt zu definieren, ist schon mal überhaupt nicht geeignet, um überhaupt irgendwas zu definieren. Und wenn wir dann auch noch sehen, dass die Datierungen jeweils sehr weit auseinander liegen, also ein Gisler irgendwie, der dann eben einfach Punkt 800 anfängt und dann von der slowenischen Seite, ich glaube Frau Tvornik, die dann immer 100 Jahre oder bis zu teilweise 200 Jahre dann halt früher unterwegs ist, also die liegen sehr weit auseinander, jeweils um ihren Punkt unterzubringen. Da sieht man schon, das kann so nicht funktionieren. Und jetzt ist aber natürlich dieses Problem nicht einfach liegen geblieben, sondern es ist schon vielen Leuten vorher aufgefallen. Da gibt es auch einen, also schaut bitte da in die Literatur, die Literaturliste ist heute sehr, sehr lang. Aber schaut bitte in die Literatur, insbesondere dann die Arbeiten von Stefan Eichert. Grüße. Die Forschung hat sich eben weiterhin mit dieser Köttlacher Kultur auseinandergesetzt und wurde aber immer noch, wirklich bis in jüngste Zeit, findet man immer wieder das Wort Köttlacher Kultur. Und wie gesagt, ich glaube, ein Artikel habe ich gefunden, das ist noch 2020, also vor vier Jahren wurde das eben noch benutzt, weil es eben ein sehr einfaches Vehikel ist, um schnell Leuten klarzumachen, was gemeint ist. Das Problem ist aber halt, wenn die Grundaussage, auf der es beruht, halt sehr wackelig ist, dann hat jeder eine andere Vorstellung. Also ein slowenischer Forscher wird im 2002 was anderes unter Köttlach verstehen als ein deutscher Forscher, als ein italienischer Forscher etc. Und deswegen ist es eigentlich sehr, sehr schlecht, weiterhin mit diesem Vehikel zu arbeiten. Und wie gesagt, der Stefan Eichert hat eben seit 2007 darüber geforscht und ich glaube, es gibt kaum jemanden, der so viele Artikel zu diesem Themenbereich geschrieben hat und der fasst eben sehr gut zusammen, was da in Quarantanien passiert. Und ich zitiere jetzt direkt. Der Ostalpenraum wandelt sich vom 6. bis zum 9. Jahrhundert von einer römischen Provinz über ein slawisches Fürstentum zu einer karolingischen Grafschaft. Für die jeweiligen Transformationsprozesse spielt Migration stets eine wichtige Rolle. Allerdings nicht in dem Sinne, dass eine komplette Bevölkerung einen Raum verlässt und von massenhaft einwandernden Neuankömmlingen ersetzt wird. Lass du kurz was aus. Mit großer Sicherheit ist am Ende der Spätantike ein Bevölkerungsrückgang erfolgt. Von einem menschenleeren Raum ist jedoch nicht auszugehen. Um 600 herum wandern Slaven in den Ostalpenraum ein und synthetisieren sich mit den Autochtonen zu einer Bevölkerung, die später als slawischer Quarantan bekannt wird. Das heißt, wir haben überhaupt keine eigentliche Gruppe, die einwandert, sondern die wird erst da geschaffen, synthetisiert nennt er es. Im 8. Jahrhundert ändert sich die Richtung dann und Menschen aus dem westlichen, elitären Umfeld kommen nun in den Ostalpenraum. Also wir haben einfach mehrere Vermischungswellen von unterschiedlichen Leuten. Und das habe ich jetzt so zusammengefasst. Stefan sagt Bescheid, wenn ich es falsch zusammengefasst habe. Wir haben also einen Schmelztiegel quasi Quarantanien. Und es bringt jeder seine eigenen Formen mit und entwickelt die dann teilweise weiter. Also wir haben das mit diesem aufgeschorbenen Kopfschmuckeringen gesehen. Und je nachdem, welcher Player gerade im Umfeld irgendwie den meisten Einfluss hat, ändert sich dann auch die Zusammensetzung der Sachkultur. Also wir haben halt in den frühen Phasen, habe ich jetzt gar nicht vorgestellt, sehr viele avarische Einflüsse, sehr viele slawische Einflüsse. Und dann eben, ja, ab dem 8. Jahrhundert dann eben sehr viele westliche, karolingische, otonische und so weiter Einflüsse. Was dann halt auch erklärt, dass wir in den jüngeren Köttlach-Stufen halt auch wahnsinnig viele westliche Funde drin haben. Ihr habt ja vorhin die Kartierung gesehen, dass im Prinzip alles, also die ganzen Leitformen halt in komplett Zentraleuropa vorkommen. Naja, und wer ist denn da gerade unterwegs? Also karolingische, otonische und so weiter Geschichten, die da eben rumfliegen. Und je älter man wird, umso avarischer, umso slawischer. Und wenn man dann noch weiter zurückgeht, umso gotischer oder umso byzantinischer wird es eben. Das heißt, wir haben einfach wirklich einen Schmelztiegel, wo jeder seins mitbringt und das dann schon in einer Art und Weise kombiniert wird. Aber man kann anhand von den Funden nicht behaupten, dass da, die Funde sagen nichts über die Gesellschaft aus, die da lebt, sondern nur über Teile von der Gesellschaft und wie das dann kombiniert wird. Ob der Typ da, der da eine westliche Fibel trägt, aus Bayern kommt oder ein slawischer, keine Ahnung, Ministeriale, ich weiß, Ministerialen kommen wir später, aber jemand ist, der da was zu sagen hat und einfach nur was Westliches trägt, weil es halt gerade Mode ist, weil es die Eliten halt gerade tragen. Das hat mit seinem Selbstverständnis, seiner Ethnie oder wem er sich zugehörig fühlt, von wo er kommt, überhaupt nichts zu tun. Das heißt, wir stellen fest, Besiedlungsgeschichte ist schon mal grundsätzlich ein sehr, sehr komplexes Feld und noch dazu in einem Transitland wie Caranthanien, das eben, wir haben Routen von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, zwischen germanisch-frühdeutscher Sphäre, zwischen slawischer, avarischer Einflusssphäre. Und es ist jetzt einfach zu kurz gedacht und zu einfach, Gegenstände zu nehmen und ihnen eine so singuläre Bedeutung wie Ethnie zu geben. Also wer das trägt, der ist Ethnie XY. Funktioniert eben nicht. Und das haben wir ja jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, dass Köttlach gerade eben ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, wie sich Forschungsgeschichte wandelt und mit neuen Informationen dann auf Basis einer unvoreingenommenen Analyse. Der Fundstoff eben neue Aussagen erbringt und wenn ich eben, wir haben es ja vorhin gesehen, irgendwie, wenn ich der Dinglage bin und von vornherein davon ausgehe, dass ich da eben eine geschlossene Gruppe habe, dann werde ich zwangsläufig, wenn ich eben germanische Funde sehe, von Germanen reden und wenn ich slavische Funde sehe, dann eben von slavischen Bevölkerung rede. Aber da ist eben zuerst die Aussage da und dann kommt erst die Analyse. Und dann kann die Analyse nicht funktionieren. Wenn man aber halt einfach hingeht und sagt, jetzt schauen wir es uns halt einmal an und dann schaut halt am Schluss die Lösung deutlich komplizierter aus. Aber bisher hat eben die These, die wir haben, hat alle Fakten einbezogen, immer wichtig und keine Widersprüche erzeugt. Weder in der Datierung noch eben in der Verbreitung und so weiter. Haben wir ja gesehen, gibt es manchmal Probleme. Köttlach zeigt aber halt auch, wie lange solche falschen Vorstellungen nachwirken können. Und obwohl wir offensichtlich ja Probleme haben in der Argumentation. 1854, unser Ritter von Frank, der sagt, hey, das ist Köttlach. Und eben einfach diese Köttlacher Kulturgruppe aufmacht. Und dann eben 1899, was ist es dann, 40 Jahre später, der Reinecke schon sagt so, gibt es hier überhaupt eine Kultur? Da müsste es ja eigentlich schon vorbeigewesen sein. Und dieses ganze Video wäre unnötig. 1899, das heißt vor 120 Jahren. Ja, 1980, dann kommt der Herr Gießler eben, der sagt, okay, das ist die Köttlacher Kultur und das sind ihre Stufen. So schaut die aus. Und dann 1994, also die Einschläge kommen näher, 14 Jahre später kommt dann ein Herr Kramer, auch da bitte Literaturliste schauen, der einen Artikel hat, der sich nennt die Köttlacher Kultur eine Fiktion. Und der hat es eigentlich schon sehr, sehr gut aufgedröselt. Und dann ab 2007 eben der Stefan Eichert, ich möchte die Gesamtheit seiner Artikel zum Ostalpenraum überschreiben mit Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Weil er halt eben wirklich alle Aspekte anschaut, und zwar vom 6. bis ins, glaube ich, Hochmittelalter, 6. Jahrhundert bis, ich glaube, 11. bis 12. Jahrhundert geht er rein, um wirklich da wirklich ganz viele einzelne Aspekte aus archäologischer, aus historischer, aus geografischer Sicht sich anschaut. Und wenn er das Gesamtwerk gelesen hat, dann wüsste er besser Bescheid als er selber wahrscheinlich, weil ich glaube nicht, dass er sich das alles merken kann, was er da geschrieben hat. Ja, wir haben jetzt eins der kompliziertesten Themen, die es so gibt in der Forschungsgeschichte, einmal angekratzt, wenn es euch interessiert hat, schaut bitte in die Literatur rein, da wird das alles nochmal sehr viel genauer und schöner aufgedröselt. Und wie gesagt, ich habe ja wieder viel weggelassen. Also es gibt echt viel, viel, was man dazu noch sagen könnte. Mir ging es jetzt hauptsächlich darum, zu zeigen, wie Wissenschaft funktioniert, wo sie herkommt, wo sie vielleicht auch mal hingeht. Ja, und dass man eben einfach nur, weil es seit 120 Jahren diesen Begriff Köttlacher Kultur gibt, oder noch länger, oh Gott, 170 Jahren diesen Begriff Köttlacher Kultur gibt, den ich einfach so hinnehmen kann, sondern auch durchaus mal überprüft, anhand von neueren Funden, ob das ganze Ding überhaupt noch tragfähig ist. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr weiter komplizierte Sachen haben wollt und ich mir den Kopf zerbreche, wie ich das aufbereiten kann, ohne dass es ein Zwei-Stunden-Video wird, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare, liked das Video, abonniert den Kanal und teilt das Video an alle Kärntner und solche, die es werden sollen. Servus!